Tja Tja, ihr wisst es, ich sag es euch gerade auf den Beat Wenn du ein Produkt hast, brauchst du dafür nen Vertrieb Indeed, dieser Typ mit der SpongeBob Mütze wirkt mal strange Aber ich glaube, ah, am Ende bist du davon nochmal Fan Denn ich habe sozusagen übertrieben wieder nochmal einen Beatboxer, der die Texte hier vertrieb Denn dank seinen Instrumentalen kann ich genial Denn eventuell wieder fruffig machen deine öde Zahlen Du willst was verkaufen bei der SalesUp-Konferenz Ist besser, wenn man vielleicht als Alleinstellungsmerkmal erkennt Wenn die beiden den Trend setzen mit strange Kopfbedeckungen Wird manch einer merken, das ist Top-Entdeckung Denn egal wie trocken, er nimmt das Ganze mal zusammen Fängt in der Improvisation das auf den Punkt zu bringen an Also, ihr wollt zur SalesEx-Konferenz kommen, macht das mal Ich mach euch eventuell Strategie dafür gern klar Wir wollen selber nochmal sagen, was wir zahlen Wir eventuell wieder in musikalischen Farben euch darbieten Und ihr darf denn alles war hart, um sie zu trocken Ladet uns um die Band ein und es wird richtig trocken Und ihr geht 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 Und ihr geht